So, dann geht's weiter mit der nächsten Runde of Life. Wir sind wieder auf Amnesia of Life. Und hoffen einfach mal, dass der Surfer noch relativ lange online ist. Und ja, ich würde mal sagen, bis dann haben wir auf alle Fälle noch Spaß hier am Surfer. Und Lappen fahren noch ordentlich. Hups. So. Genau, Dinge werden nicht aufgesammelt. Oh mein Gott, geht das schnell voran. Holy shit. Warte mal, nee, Set Halb brauchen wir gar nicht suchen. Wir brauchen ja... Ne, wir haben ja schon alles. Alles super. Alles perfekt. Oh mein Gott. Die Amplis laufen noch 51 Minuten lang. Das heißt, wir können ja noch ziemlich hart eskalieren eigentlich. Vor allem das Level sich halt einfach auch so krass schnell irgendwie. Die Drops und so sind natürlich schon ziemlich krass. Also... 108. Ja, also es geht eigentlich wirklich ziemlich schnell. Müsst man schauen, dass wir brauchen das 175. 16,7 Km Attack. Geht gut ab eigentlich. Also läuft eigentlich gerade aktuell ziemlich gut, würde ich mal sagen. Springmaster braucht nur einen... ... in der Videocity. Ansonsten hängt der ewig weit nach. Ja, 109. Mist, habe jetzt eine Level down für meinen... ... für meinen Bloody Sword? Ich glaube nicht, oder? Mist. Ja gut, ich würde sagen, wir abnehmen gleich nochmal unsere LGA, wenigstens mal auf Plus 10 oder so. Und das Bloody Sword vielleicht auch nochmal ein bisschen... Das Ganze sollten wir vielleicht jetzt machen. Oder? Ja. Jetzt macht es im meisten Sinn. Genau, ich glaube Tech Speed hätten wir zwar theoretisch genug, aber... ... ja, einfach mal... einfach weil es cooler aussieht, würde ich mal sagen. Einfach weil wir es können dann. So. Können wir es verkaufen oder so? 50 Km. Das ist mir so viel wert. Oh man. Holy moly. Och, Amplis kriegt man auch noch Chaos. Alles klar. Noch mehr Amplis. Ähm. So. Plus... äh... Da ist ein Sultimol plus 0. Ich würde mal sagen, abmalen einfach mal. Warte mal, plus 3, glaube ich, ging ja ohne, oder? Ja, genau, klar. Schon ganz blöd, irgendwie. Naja, jetzt müssen wir mit 3 Squalls mal versuchen. Vielleicht gehen wir mit was drauf. Und vielleicht lässt das ihn ein bisschen upen. Mal schauen. Ob wir Glück haben. Oder ob wir kein Glück haben. Als Upgrade-Raten scheinen es schon relativ niedrig zu sein, irgendwie. Ich weiß nicht warum genau, aber... Sonst scheinen wir relativ niedrig. So, gib mir mal plus 4 hier oder so. Plus 2 ist auch in Ordnung. Äh, noch mal plus 2 ist super. Dann brauchen wir mal hier eine Scroll-Off Level Down. So, einmal für Splatty Sword drauf. Genau. Boah, das sieht jetzt cool aus. Aber was haben wir hier drauf? 20% Grips-Schaden, oder? Warte mal, was anderes hätte ich noch mal... Oh, krass. Würde der Damage noch mal nach oben gehen, denke ich mal. Ich hoffe, wir sehen uns das Level dauernd nicht, wenn wir jetzt das Erwecken. Doch, tun wir. Shit. Egal, nicht schlimm. Wobei ich denke, dass sich die 40% Grips-Schaden ausgleichen werden, weil es einfach Axt-Schwert ist und halt nicht Axt-Axt. Boah, ich kann gar nicht mehr reden. Ja, 19% war es grad. Warte, ein bisschen Anlock hier. Hätten wir uns eigentlich behalten sollen. Hm, na komm, gib mir Grips-Schaden. Grips-Rate, Grips-Schaden ist hier eher... Hm, ne, Grips-Rate brauchen wir nicht. Na komm, zweimal Grips-Schaden bitte und fertig, gut ist. 90% Grips-Schaden, 20% Grips-Rate. 90%, ja komm. Behalten wir vielleicht erstmal. Ich muss sagen, kaufe ich mir mal 100% davon. Und dann müssen wir auch gleich noch mal ein paar Oris kaufen. Weil jetzt die Dinge irgendwie immer ausgehen. Ach so. Boah, die kosten genauso viel wie die Espos. So, wie viel brauchen wir dafür? Davon... 85. Hm, genau. Dann kann es losgehen mit Appen. Ach so, warte mal. Ich will zuerst die anderen Dinge verbrauchen hier. So, so, so. Genau, und dann, let's go. Das Glück ist halt wieder auf unserer Seite auf alle Fälle. Die RNG, die... Die, keine Ahnung, die ist total mehr skalierend grad. Krass, ich bin so unglück grad. Holy maulie. Na komm, jetzt gib uns hier mal ein paar... Äh... Apps oder was auch immer. Ich würde schon sagen, ein paar Sockel, aber... Trifft hier rauf jetzt leider nicht so ganz zu. Come on. Das kann es nicht sein hier, oder? Jetzt haben wir gleich 50 Fails auf Plus 7. Ah, okay, jetzt mal die 50, jetzt kommen die 60. Jetzt gib doch mir endlich mal die Scheiß Plus 7, Mann. Das kannst du jetzt nicht sein. Alter. Oh, Plus 7. Also, ich hab keine Ahnung, ob ich hier grad so ganz viel Pech hab. Oder einfach nur die Upgrade-Rates, äh, niedrig sind. Ich kann es grad nicht wirklich sagen. Okay, Plus 8. Was war jetzt eigentlich Average? Was wir gebraucht haben? Ich glaube, wir weiß noch mal, ähm... Wobei... Sollten... Ja, klar. Jetzt geht's natürlich los. Das heißt, nur Plus 10. Ich bin komplett happy. Ich bin... Happy... Wie sonst was. Also... Naja... Ja, jetzt fehlt ein Ori. Shit. Ich hab's fast schon geahnt. Okay, ich würd's sagen, jetzt probieren wir noch ein bisschen was zu stoppen hier. Ähm... Machen wir mal 60. Na, verrechnet. Egal. Dann brauchen wir... Dann brauchen wir... Ah, ne, hab ich gar nicht. Ne, 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 warte mal. Wir brauchen ja nur noch 45. Dann bleibt über Amperien übrig. Passt schon. Alles gut. Beziehungsweise brauchen 62. Alles gut. Beziehungsweise brauchen 62. Noch kurz den letzten Versuch da. Die letzten zwei Versuche. Ne, letzten Versuch. Und... Okay. Das wurde nicht so... Und... Also... Das liegt schon mal nicht an mir. Okay. Und ich dachte mir ja gerade schon, ich habe jetzt irgendwie das so ein krasses Pech. Aber dann passt schon. Uh... Gleich 2 Zockel. Uh... Holi Mauli, du. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir irgendwie... Dann haben wir auch erst mal das andere Ding Sockeln, erst mal unsere Seat und so. Drei? LOL. Vier? LOL. Boah, gut. Sieben Versuche, vier Sockel. Habe ich jetzt eigentlich gar nichts dagegen. Finde ich eigentlich sogar relativ gut. Drei Sockel, LOL. Fünf Sockel, LOL. Also Sockeln geht schon mal einfacher. Oder wir haben irgendwie so ein krasses Glück. Lässt sich grad schwer sagen. Ja, die Suit, die wir wahrscheinlich keinen Bock haben, oder? Ah doch, die hat der Back. Die hat Lust. Die will das. Die will es genauso wie wir. Ich glaube, Fire Ars können wir uns nicht leisten. Da würden wir so viel Geld anweisen. Deswegen würde ich mal sagen, ja. Wenn wir nur Fire Arbs rein, sind auch ganz in Ordnung. Kann man... Ach komm, ich würde zwei Sachen gleichzeitig socken. Geht nicht, natürlich. So, come on. Ähm... Warte mal, was Sockeln wird vielleicht noch? Ähm... Warte mal, was Sockeln wird vielleicht noch? Ähm... 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 Ja, nicht so. So, komm, gib mich alles. So, fünf Sockeln, nochmal 20 Bonus STR. So, fünf Sockeln, nochmal 20 Bonus STR. Und da kriegt man auch nochmal 16 Bonus STR. Und da ist der... Der Platz bei was? Achso, haben wir schon. Okay. Hm... Level down. So, 132% Crit Rate, denke ich, sollten reichen eigentlich. Oh ja, du. Die Attack Rate geht aber auch ganz gut hoch. Hoho! Ähm... Haben wir eigentlich alles, oder? Warte mal, hier noch irgendwie ein STR-1-Ding. Können wir mal noch probieren. S-2 kriegen. Nope. Computer sagt nein. Okay, sind fast nichts wert, aber egal. Läuft. Fünf AK. Oh ja, Mann. Sorry. Joa. Dann... Was haben wir da noch? Skull of Decks. Brauchen wir das ganz bestimmt nicht, oder? Soll wir es mal hier... ... zusammengeben? Okay, das ist schon weg. Geben wir es mal... Geben wir es irgendwann anders. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt können wir noch kurz, wie viel Damage aus wir machen. Weil das mich gerade selbst interessiert. Na-ja, jetzt können wir noch so buffen. 61k Attack. No... Ich glaube, wir sind davon noch minimal entfernt oder so, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe nur so den Gedanken, irgendwie. Wo steht ein Ringmeister? Auf der anderen Seite von da. Ach, da hinten, lol. Waren wir so weit hinten schon? LOL? Wie kommt denn der da hin? Nein, egal. Ja, 20 Kai-Tag etwa mit Berserk, oder? Perfekt, genau, ziemlich genau. Na gut, okay, verändern wird sich wahrscheinlich jetzt so scheinbar nichts, weil wir überhaupt das E-Warn hätten. Von dem her, ja. Wir werden jetzt auch keinen großen Unterschied spüren. Also, wir werden jetzt noch ein bisschen mit den Oris und den Moons verarbeiten, und alles, und... Ähm, Fettfilters und noch Oris auf, genau. Trappen wir aktuell immer nur weniger. So, immer hier mit den Oris und Moons und Geld und alles mögliche. Immer noch mit. Nehme ich alles. So, wir können schon mal steppen hier. Ja, nicht Eisen sammeln. Oh Gott, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, stopp, 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 stopp. Das können wir auch noch extra sein. Äh, nein. Ich will kein Eck, danke. Kann ich gerade aktuell überhaupt nichts mit anfangen? Wobei, so ein Pad eigentlich echt ganz cool wäre, glaube ich. Das sind die Karten, einfach 5 Millionen wert. Haben wir entgistert? Ne, hoffentlich nicht. Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Kam, glaube ich, auch schon mal vor, irgendwann, aber... Ich glaube diesmal nicht. Ähm... Also, alles drin, ist auch noch drin. Fehlt eigentlich irgendwas? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe endlich mal nicht, weil... Naja. So, ja, wir sind auch schon wieder so weit in der Zeit fortgeschritten, dass ich leider schon wieder Liebe beurteilen muss. Und ja, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Live-LP. Bis zum nächsten Live-LP.